Hallo und herzlich willkommen bei Chris is Delicious. Ihr seht, die nächste Motivtorte, die stand für mich jetzt an. Luca, der, wisst ihr ja, da habe ich letztes Jahr den Chase gebacken, hat sich schon wieder eine Paw Patrol Torte gewünscht. Okay, also habe ich noch mal ein bisschen gestöbert und die Idee hatte ich auch schon letztes Jahr, dass wir quasi hier den Turm, die Zentrale von Paw Patrol bauen und dann quasi mit den kleinen Figürchen das Ganze ganz einfach und schlicht halten. Und Luca hat sich einen Zitronenkuchen gewünscht oder Schoko, aber da Chase ja schon Schoko war letztes Jahr, habe ich innen drin einen Zitronenteig mit Konfetti verfeinert und Heidelbeerböden, Heidelbeerfruchteinlagen so und eine Heidelbeer französische Buttercreme. Ja, und im Video habe ich es ein bisschen anders gemacht. Ich habe einfach nur die ganze Zeit gefilmt, so könnt ihr quasi einfach zugucken, wie und was ich hergestellt habe. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Zugucken. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020